So, Sie sind jetzt im eigenen Käfig. Ja, gell. Da sind ja noch ein paar. Drei, drei, vier. Drei, drei, vier. Da ist der dritte. Da ist einer, genau. Da ist einer in der Zeitung. Das sind die acht Jungs, gell. Die acht Jungs, gell. Die acht Jungs, gell. Sehen wir alle da? Gell, okay. Dann schauen wir einfach, wie sich das entwickelt.